Freiheit, was für ein Sehnsuchtswort. Und auf der Kehrseite randaliert die Unfreiheit. Wir haben es im Herbst 89 erlebt, wir uns befreit haben aus den diktatorischen Verhältnissen. Und dann fiel die Mauer. Wunder und Wahnsinn. Und wir haben uns wie freigelassen gefühlt. Wir haben unsere Konsum- und Reisefreiheit genossen. Aber viel von der revolutionären Kraft ist damals auch in den Supermarktregalen hängen geblieben. Vielleicht sind wir einem weichgespülten Freiheitsbegriff aufgesessen. Dietrich Bonhoeffer hat einmal gesagt, das Freisein von etwas findet seine Erfüllung in dem Freisein für etwas. Freiheit und Verantwortung sind Geschwister, die in einer Demokratie zusammen aufwachsen sollen, eine Gesellschaft zum Blühen bringen sollen. Frei sind wir nur in dem Maße, in dem wir die Bedingungen, unter die uns die Gesellschaft stellt, selbst beeinflussen können. Daran hängt unsere Menschenwürde. Das ist die Freiheit, die ich meine. Für mich, für andere, für uns alle.